So, ja Ja, ein herzliches Willkommen zu The Sims 4 an die Arbeit Und Alana hat jetzt die Schüssel verbessert Und jetzt können Aliens geordnet werden Gut, dann stellen wir auch die Schüssel wieder hier zurück Dann müssen wir halt mal unsere andere Schüssel Die haben wir natürlich jetzt hier halt nicht mit Dann kannst du hier mal gucken Was brauchen wir Kochbananen hast du und Äpfel hast du auch Gut, dann geh das mal herstellen Weil wir müssen ja jetzt mal hier Wir haben nicht mehr viel Zeit Äh, noch etwas über zwei, naja, fast drei Stunden So, ähm Gina Wo ist denn? Bist du? Ah ja Dann kannst du anschließend Äh, über Kollegen tratschen Oh Ähm, dann kannst du Oh, Heureka Alana Himmler hat eine Idee für einen Funkenschlagserum aufgeschrieben Und damit ihren 15. Durchbruch erzielt Klicke auf den Notizbuchbutton oben im Telefonmenü und erfahre mehr Ja, okay Ja, wo willst du denn hin? Einmal hin, einmal her Und wieder zurück So, und da ist wohl Ähm Gut Ah ja, Silas ist zurück Gut Das ist sehr gut So, dann muss sie auf Klo anscheinend So, kratsch du? Ja Gut Dann kannst du jetzt schnell mal auf Dann musst du das erstmal Äh, säubern Okay Jemanden küssen, okay So Sobald der aufsteht So, beenden wir das mal Kannst du anschließend da Verwenden Oh, das blinkt schon Wir bleiben länger So Äh Aus Aushungern Hier Gedankenkontrolle Essen Die wissen auch nicht, was sie wollen So 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 Aha Marco Binno Oh Hast selber Hunger, aber das kannst du dann zu Hause machen Homi Naja, vielleicht müssen die erstmal alle einmal abgeerntet werden Damit wieder vernünftige Blüten und Früchte kochen Komm So Ähm Pflanze Klonen Ähm Oh Äh Pflanze Nehmen wir meine Erdbeere Hatte Ich meine Erdbeere Das hast du auch geschafft, sehr schön. Jetzt ein Serum. Dann kannst du das hier klonen. Können wir die noch mal verbessern? Glaub nicht, ne? Ne. Okay. So, gut. Dann können wir das wieder ins Inventar packen. Und das. Genau, ob sie das noch hinkriegt. Na ja, gut. So, dann braucht sie noch einen einzigen Durchbruch. So, das können wir dann später mal machen. Jetzt geht's erstmal wieder nach Hause. Okay, 1683. Wunderbar. Sehr schön. Okay. 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 So Menschen, die hat sie als es hallen. Komm, munter' den mal auf hier. Hier, küssen. Die Witze ja sowieso. So. Na. Jetzt haut der einfach ab. Lisa, sie lässt erst aushäumen. So. Ähm, romantisch küssen. Und dann könnt ihr... ...meinetwegen... ...in eurem Bett. Äh, klar. So, und... Nee, nee. Du, mein Lieber, musst hier jetzt... ...äh, malen. Ob du willst oder nicht. Ach, er könnte eigentlich beim zweiten Mal... ...nach Vorlage malen. Wie groß ist es. Äh, nach Vorlage malen. So. Ähm, die Kids... ...müssen jetzt Hausaufgaben machen. Hausaufgaben machen. Und... ...und... ...du willst... ...schlafen gehen. Mach erst mal Hausaufgaben. So. Äh, wir nehmen auch hier den Teller weg. Je nachdem, wo sie halt Hausaufgaben machen. So. So. So, die zwei Pennen. Wie war's denn? Gut. Der ist schon fertig. Oh. Ähm. Lautstärke niedrig. Ähm. Lautstärke niedrig. Ähm. Wo läuft denn noch Musik? Hier oben nicht. Hier. Läuft auch keine Musik. Gut. Ach, er ist schon fertig. Ach nee. Er mag doch jetzt. Mal sehen, was... ...fut... ...kann er denn mal... ...äh... ...äh... ...hier die Rakete kann er mal... ...klatsch... ...und... ...hup. So. Dann mal mal die Rakete. Wie viel ist denn jetzt das Bild wert? Mann, er kommt nicht über die tausend. Das ist natürlich blöd. Aha. Jeps. Gib dir mal mehr Mühe, Don. So. Naja, gut. Ähm. Wie es weiter geht, sehen wir dann im nächsten Part. Ich wechsle ja jetzt zur Kids-VG. Okay. Ja. Er kann dann hier... ...wird halt nicht weiter pinseln, ist ja klar. Naja. Aber er hat wenigstens angefangen. Dann kann er halt demnächst da weiter pinseln. Auf jeden Fall schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Viel Spaß. Und bis denn dann. Tschüss. Haha. Haxim. Mhm. Klunkas. Ah. Klondi. Haha. Jeds. V-Maps. Huh. Oh hi. Haha. Schoenigua. Whoa. Pelka Ganoy. Yibs. Filma Soibe. Ha. Yibs. Haha. Ooh hoo. Ooh hoo. Untertitelung des ZDF, 2020